. Menschen haben Träume. Ohne Träume können wir nicht leben. Manche Träume sind schon etwas, sagen wir mal, ungewöhnlich. Ein Bad Rodacher z.B., hat sich in ein fast verfallenes Gebäude in Lindenau an der thüringischen Grenze verliebt. Gerade mal so 300 m von Franken entfernt. Eine alte Saline, die stand jetzt zum Verkauf und er hat zugeschlagen. Fragt sich nur, was macht man jetzt mit so einer Saline? Liegt hinter dieser Tür ein verborgener Schatz? Das zumindest glaubt Uwe Brückner, als er vor 2 Jahren die alte Saline Friedrichshall kauft. Grund für seinen Optimismus, der Inhalt dieser Fässer, die er in der hintersten Ecke findet. Da habe ich eins aufgemacht, nur eines. Und da ist das Salz. Da sagt einer Magnesiumsalz neuerdings 1 Dollar 1 Gramm. Magnesiumsalz, auch Bittersalz genannt oder Abführmittel. Von einem Schatz der Natur redet die Werbung schon seit mehr als 200 Jahren. Das Wasser mit dem sehr hohen Salzgehalt stammt aus zwei Brunnen auf dem Gelände, gefördert ab 1820 bis zum Ende der DDR. Zum einen wurde es getrocknet und pulverisiert, zum anderen in Flaschen abgefüllt. Friedrichshaller Bitterwasser für seine Heilwirkung bei Rheumatismus, Fettreduktion, Depression oder Stoffwechselstörung einst weltberühmt, jetzt fast vergessen wie das ganze Haus. Es ist halt runtergekommen. Es ist ein Schatz der Natur, aber da steckt erst mal viel Arbeit. Ich war auf dem Dach, ich muss jetzt hier drin, die Kacheln fliegen von der Wand. Der Wasseranschluss will gemacht werden. Der Strom ist in einem unglaublich schwierigen Zustand. Ich habe mir manchmal gedacht, jetzt bist du bescheuert, dass du dir das ans Bein bindest. Der schwierige Zustand gilt für das ganze Haus auch oben unterm Dach. Dort hatte einst der Direktor sein Büro. Das ist richtig viel Arbeit, da war der Marder drin. Und hat Chaos hinterlassen. Zu entdecken gibt es trotzdem noch sehr viel. Alte Lieferscheine, Gesundheitszeugnisse oder Werbezettel aus dem Jahr 1920. Das Friedrichshaller Bitterwasser gehört zu den wirksamsten in Europa. Das erkannte der große Chemiker Justus von Liebig. Solche Funde sind zwar schön, es fehlen aber auch einige wichtige Urkunden. Es fehlt auch die Goldmedaille zum Beispiel. 1913 hat das Friedrichshaller Bitterwasser beim Internationalen Kongress der Medizin in London eine Goldmedaille bekommen, so eine Plakette. Die soll es geben. Irgendwo in der Gegend hat einer dieses Unikat. Ich suche das. Irgendwann soll das Bitterwasser wieder abgefüllt werden. Erste Wasserproben zeigen, es ist so gut wie eh und je. Doch zunächst steht anderes an. Die Gebäude müssen vor dem Verfall gerettet werden. Uwe Brückner hat einen Schatz gefunden. Doch den zu heben, wird ihm noch einige Kopfschmerzen bereiten. Und Sie haben es gehört, Uwe Brückner sucht noch. Auch ehemalige Mitarbeiter zum Beispiel, die alte Krüge oder alte Erinnerungsstücke für seine Saline haben. Sie können über seine Internetseite Kontakt mit ihm aufnehmen oder melden sich einfach bei uns. So, jetzt schauen wir aber wieder rüber über die Grenze nach Oberfranken.